Ich frage mich jetzt, ob glückliche Menschen sich auch gesunder fühlen und habe hier so eine Datentabelle mir völlig frei ausgedacht. Und es geht um den Begriff der Korrelation, weil ich habe so das Gefühl, da scheint es doch einen Zusammenhang zu geben. Und den untersuche ich. Ich habe hier die Daten in einer Excel-Tabelle, also das 9 und 8, das ist dieser gesunde und glückliche Mensch. Und 0 und 1 ist der, der unglücklich und nicht so gesund ist, Gott sei Dank nur ausgedachte Zahlen. Und wie kann ich diesen Zusammenhang mit einer Zahl ausdrücken? Das funktioniert mit dem Korrelationskoeffizienten. Das ist eine Zahl zwischen 0, also zwischen minus 1 und 1. 0 bedeutet überhaupt keinen Zusammenhang, plus 1 super Zusammenhang und minus 1 der komplette Antizusammenhang. Ich tippe, ja hier hätte ich 0,8. Also schon, da hat man ja auch gesehen. Also wenn man da hingeht, das ist schon, also so, es gibt Ausreißer, aber schon gute Zusammenhang. Also das wäre typisch 0,8, aber nicht perfekt. So, ich tippe hier in mein Excel oder LibreCalc ein, ich habe hier zwischen A2 und A14 die eine Spalte, das ist da A2, A14 mit Doppelpunkt. Dann Strichpunkt, das begrenzt es hier, genau wie den Strichpunkt zeigen wir und dann kommt hier B2, B14. Ja, eintippen, ist gleich, Korrel, fertig. Und dann springt die Zahl raus zwischen minus 1 und 1 und ich weiß schon, kann dann schon argumentieren. Ich kann auch auf Daten sortieren, Korrelationen und dann hier das Feld eingeben, wo es rausspringen soll. Zumindest in LibreCalc in Excel wird es auch sowas geben. Bei der Frau Bondik, Uni Paderborn, habe ich was gefunden. Also manche Statistiker sagen, dieser Wert soll schon bei 0,9 sagen, damit ich von einer hohen Korrelation sprechen kann. Andere Statistiker sagen, bei 0,5 ist mir schon eine gewisse, also eine große Korrelation. Das scheint jetzt ein bisschen, so kann man da interpretieren. Also das sind hier reine Zufallszahlen und da habe ich eine Korrelation von minus 0,4, ja weil es so eher fallen ist, aber ist schon was da. Und das wäre die perfekte Korrelation, minus 1, weil das auf einer kompletten Gerade liegt. Keine Zufallszahlen, sondern mathematische Funktionen und wenn es irgendwie so eine Gerade wäre, hätte ich plus 1. Das sind die zwei Extreme, alles andere ist dazwischen. Die Frage ist ja immer, ob was korreliert, ob es da Ursachewirkung gibt. Also wenn ich gesund bin, habe ich höhere Chancen auf Glück, wenn ich rauche, habe ich mehr Chancen, dass ich irgendwie krank wäre und da habe ich eine echte Ursachewirkung und eine Kausalität, aber das beweist es noch nicht. Also nur weil es korreliert, heißt es, es ist noch kein Beweis, dass es so ist. Drei Beispiele, oft hat man zu wenig Daten, also diese minus 0,4 sind bemerkenswert für reine Zufallszahlen, da habe ich jetzt aber über 140 Zufallszahlen, bin fast bei 0. Ja, mit je weniger Zahlen, desto mehr Ausreißer gibt es. Dann gibt es total zufällige Korrelationen. Berühmt ist das Storchenbeispiel, also die Zahl der Geburten und die Zahl der Störche und wir haben einen totalen Zusammenhang, der nichts miteinander zu tun hat, völlig zufällig ist. Und häufiger ist aber diese Hintergrundvariable. Also viel Speiseeisumsatz und gleichzeitig viel Umsatz bei Sonnencreme. Ja, aber was hier nicht ist, hier fehlt was. Hier fehlt sonniges Wetter. Also es gibt eine Ursache-Wirkung von Wetter und Eis, Ursache-Wirkung von Wetter- und Sonnencreme und hier gibt es keine Ursache-Wirkung. Wenn ich Eis esse, habe ich kein Bedürfnis, mich einzuschmieren. Ja, oder umgekehrt. Das hat alles nur mit der Sonne zu tun. Genau. Und deswegen muss man vorsichtig sein, wenn man eine Korrelation entdeckt. Da hat man noch nicht bewiesen, dass diese beiden wirklich miteinander zusammenhängen. Ja, das hat alles nur mit der Sonne zu tun.